hallo und herzlich willkommen zu meinem 30. let's play minecraft.pe 0.01 wir haben ja den garten angelegt wir gehen mal schauen was der gerade nun sagt wir schauen mal bei uns was wächst und gedeiht so wie wir es vor hatten unser haus schwein geht gut die ersten wechsel sind da das ist wunderschön wir gehen dann mal wieder nach draußen heute war nicht so warmer tag in berlin es war ganz angenehm auch wenn trotzdem den ganzen tag bei mir die lüftung an ist damit es östlich abkühlt und morgen hat man wieder 31 grad für berlinern gesagt das finde ich nicht schön aber gut mich fragt ja keiner warum setzt sich nehmen wollen wir nicht haben wir jetzt mal ein bisschen hier kratzen oder hier wegnehmen ich könnte mal die nachfahnen Klauen Ja, schön Der Döfel ist hin So, hier oben war ich auch noch irgendwo inne Wo ich ein bisschen was ernten kann Ja, schön Die kommen natürlich alle später wieder zurück Wenn meine Nahrungsmittel sehr immer voll sind Ich glaube das reicht Oh mein Akku Ich glaube das reicht gerade so Und das ist bei mir anzupflanzen Obwohl es eigentlich zu viel Ich glaube ich noch was da lassen können Mein Wachschwein So, die sind nicht hättig Also Die sind nicht hättig Jetzt bist du enttäuscht, wa? Ich fahre jetzt noch auf die Uhr zu gucken Wie lange das jetzt gleich gehen wird Ähm Okay, der Texture Checker hat noch ein paar kleine Probleme, wie man sieht An dem Blümchen Obwohl das eigentlich aktuell sein soll Das ist auch deprimente Leibmann los, um Blümchen zu suchen Und was findet man zu wenig Blümchen? An dem Blümchen Mach dich bitte. Mach dich bitte. Mach dich bitte. Blumen die mir die genommen? Oh, wie viel mehr Blumen? Gut. Gut. Okay. Vielen Dank. Dann kommt mit Schweinchen, dann kriegt meine Haus-Schweinchen-Gesellschaft. Dann kommt mit Schweinchen-Gesellschaft. Dann kommt mit Schweinchen-Gesellschaft. Dann kommt mit Schweinchen. Dann kommt mit Schweinchen. Nein. Nein. Oh Mann. Hallo. Ich habe Möhrchen. Oh, du gehst da rein. Oh. 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 komm doch mal rein du blödes schwein ey brauchst du noch eine einladung oder was? nein du kommst hier ach Mist ey jetzt ist es gestorben egal wie das hasse sollte überleben nein das stirbt einfach und stellt sich doch mitten im weg ich meine das hätte überleben können aber nein stellt sich mitten im weg und stirbt oh wir haben hier noch eine unendliche quelle gut jetzt habe ich ein schweinchen geschlachtet ein schweinchen neu gezüchtet zwei baby schweinchen und erwachsen schweinchen rindschwein ruhe die rüssel so was macht man noch ehrlich gesagt ich weiß es ja nicht kriegt jetzt die blümchen warum kriegt die blümchen ich bin eigentlich nicht man ey so wir gehen jetzt mal noch ein bisschen schleifern das kohle das wasser was ist das? das war ein dungeon was ist das? was ist das? ich bin genau es hat mir nur noch ein paar die wir brauchen Ich bin gestorben und nicht mehr in der Rüstung, aber ich könnte aber auch massenhaftes Eis nicht brauchen. So, wenn ich Pizzack jetzt alles isse, werde ich das leh. Dann werde ich das Play jetzt beenden, dann werde ich mir eine neue Spitzhacke kurven und werde nachher noch ein paar Steiner Farben gehen, damit wir was bauen können. Natürlich wieder mit euch. Auch baue ich Eisen und Redstone. Deshalb werde ich jetzt noch ein bisschen tiefer buddeln. Und dann werden wir mal gucken, ob ich nicht mal ein paar Schienen bohren kann, damit man die drei Dörfer zusammen... Oh, Kies, die Dreck jetzt verbinden kann. Nehmen wir noch ein bisschen Kies mit, ne? Gut, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende. Ähm, schönes Jahr. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play Nr. 31 wieder. wieder mit neugefarmten Holz, neugefarmten Stein und neugefarmten Kies, um weiter zu kommen. Ähm, vielleicht, Heike, bist dann auch mal ein bisschen Redstone gefunden. Und wie gesagt, dann können wir uns da mal mit beschäftigen, dass wir hier mal Schienen bauen. Und so was, damit wir halt auch mal von Ebendorf zum anderen fahren können und nicht immer laufen müssen, ne? Dauert ja halt ein bisschen. Und mit der Redstone kann ich halt... Super. Äh, ja, mit der Redstone kann ich halt... ...fahren. Schienenfahrzeuge fahren. So. Jetzt... Na. Jetzt waren wir zu Ende. Wie gesagt, habe ich eben schon mal gesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play.